Smart TV 2024 Sendersuchlauf bei Satellitenempfang DVBS Du empfängst dein Fernsehprogramm über Satellit und möchtest einen neuen Sendersuchlauf starten? Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn du umgezogen bist. In diesem Hilfe-Video zeigen wir dir die entsprechenden Schritte. Drücke die Smart Hub-Taste und navigiere nach links zu Einstellungen. Wähle Alle Einstellungen. Rufe hier Senderempfang auf. Wähle Automatischer Sendersuchlauf und hier erneut Automatischer Sendersuchlauf. Bestätige die Meldung und beginne mit dem Sendersuchlauf, indem du Start wählst. Deine bisherige Senderliste wird dabei überschrieben. Stelle den TV-Empfang auf Satellit. Wähle unter Antennenverbindungstyp, ob nur ein Tuner oder beide genutzt werden. Bei Sendertyp kannst du einstellen, ob alle, nur TV oder nur Radiosender gesucht werden sollen. Wähle bei Satellitenauswahl den gewünschten Satelliten. Der für deutschsprachiges Fernsehprogramm bevorzugte Satellit ist Astra 19.2e. Einstellungen an der LNB-Einheit kannst du in den LNB-Einstellungen vornehmen. Wähle bei Satellit, welche Satelliten abgesucht werden sollen. Diese müssen aber vorab unter Satellitenauswahl bestätigt werden. Im Suchbereich kannst du einstellen, ob alle oder nur frei empfangbare Sender gesucht werden sollen. Mit Scan startest du den Sendersuchlauf. Ist die Suche abgeschlossen, siehst du die Anzahl der gefundenen Sender. Wähle Schließen. Sch Congressman Sender